Mein Name ist Max Koger, ich bin 29 Jahre alt und kämpfe für das MMA Spirit in Frankfurt. Ich habe es immer geliebt hier in Deutschland zu kämpfen und ich glaube auch gerade in den letzten Jahren hat sich hier in Deutschland viel getan. Der Sport hat sich noch mal ein bisschen weiterentwickelt und ich freue mich einfach wieder hier kämpfen zu können. Jeder, der mich kennt, weiß ganz genau, dass ich ein Garant bin für spektakuläre Kämpfe. Und genau das wird in Berlin zu sehen sein, hundertprozentig. Es wird eine richtig geile Schlacht. Er ist ein sehr, sehr erfahrener Mann. Damien Lapiluz war Bama World Champion. Er ist Schwarzgurt im Brazilian Jiu-Jitsu. Er ist ein starker Standkämpfer. Er kommt aus dem besten Gym von Paris und ist physisch auch sehr, sehr stark. Er bringt sehr viel Erfahrung mit. Auf jeden Fall der richtige Mann für das Main Event. Als die Bombe geplatzt ist, dass ich jetzt wieder hier in Deutschland kämpfen werde, gab es ein riesen Feedback und es hat mich sehr, sehr gefreut, dass es so viele Leute gibt, die Bock haben, dass ich wieder hier bin. Und das motiviert mich natürlich. Again, welcome to Germany, Damien. I'm Max Koga. I'm waiting for you. I'm ready for war. Awww.